Mifcom Rechner können auf die unterschiedlichste Art und Weise zusammengestellt werden. In unserem heutigen Video stellen wir euch einen Rechner vor, der mit einem Core i5 4690K zu einer GeForce GTX 960 aufwarten kann. Es ist also genügend Leistung vorhanden, um Videos zu rendern oder auch ab und an mal eine Runde zu spielen. Wie sich diese Konfiguration zu einem Preis von knapp 1350 Euro in unserem Test schlagen wird, erfahrt ihr im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Damit die hochwertige und teure Ware auf dem Transportweg zu euch keinen Schaden nimmt, hat Mifcom natürlich entsprechende Vorkehrungen getroffen. Damit auch im Inneren des Gehäuses nichts Unvorhergesehenes geschieht, füllt Mifcom den Leerraum mit einer Art Schaumstoff, der sich perfekt an die Hardware anschmiegt und so deren Bewegungsspielraum minimiert. Dieser muss vor dem ersten Start natürlich entfernt werden. Dank der freien Konfiguration ist es möglich, ein komplett individuelles System zusammenzustellen, das den eigenen Wünschen entspricht. Das Herzstück stellt eine Core i5 CPU dar, genauer ein 4690K, verbaut wird dieser Prozessor in einem MSI Z97 Gaming 3 Mainboard, das mit insgesamt 8 GB DDR3 1600 RAM von Samsung bestückt ist. Ebenso auf das Mainboard gesteckt, ist eine Grafikkarte aus dem Hause Nvidia, genauer eine GeForce GTX 960 von Parlit. Damit im System eine ausreichend schnelle Speichergeschwindigkeit zur Verfügung steht, wurde eine Samsung SSD 850 Pro mit 128 GB Speicherplatz in das System integriert. Um auch ausreichend Platz zu bieten, wurde eine 1 TB große Western Digital Caviar Black Festplatte implementiert. Gehäuse-seitig setzt Mifcom wie bei vielen anderen Teilen auf Corsair, genauer dem Carbyte 330 Air. Diese ist mit 320 mm Corsair-Lüftern ausgestattet. Um die CPU auf angenehmen Temperaturen zu halten, wurde eine Corsair Hydro H160 Wasserkühlung verbaut, deren Radiator am Heck des Gehäuses an einem der 120 mm Lüfter Platz findet. Damit das System mit ausreichend Strom versorgt wird, ist ein BeQuiet Straight Power E10 verbaut, das bis zu 500 Watt bereitstellen kann. Für optische Laufwerke steht ein DVD-Brenner aus dem Hause Samsung bereit. Mifcom setzt passend zu den inneren Komponenten auf ein schwarz-rotes Farbenspiel. Während ein Großteil der Hardware wie das Gehäuse in schwarz gehalten ist, sorgen die roten Farbexente an Mainboard und Grafikkarte für ein aufgelockertes Bild. Auch die Kabel sind Mifcom typisch bestens verlegt, sodass einem optimalen Airflow nichts im Wege steht. Getestet haben wir das System in Ubisofts jüngsten Shooter Far Cry 4 sowie Assassin's Creed Unity, in Battlefield 4 und in Rise of Son of Rome. Zusätzlich kommt der 3D-Mark zum Einsatz. Getestet wurden alle Spiele in 1080p mit maximalen Grafikeinstellungen, die mit 4x MSAA verschönert wurden, sofern es nicht anders angegeben wird. Den Anfang macht Battlefield 4. Die Minimum-FPS belaufen sich auf 40FPS, der Durchschnitt pendelt sich bei 46FPS ein. Maximal flackerte das Bild mit 55FPS über dem Bildschirm. In Far Cry 4 erreichten wir minimal 21FPS, der durchschnittliche Wert betrug 24 Bilder pro Sekunde. Das Maximum mit 31FPS liegt ebenfalls nicht weit davon entfernt. Allen voran veranschlagt MSAA sehr viel Leistung in diesem Titel. Rise, Son of Rome erfuhr einen Test ohne SSAA, allerdings war das temporale AA weiterhin aktiv. Im Schnitt erreichten wir so 52FPS bei minimal 47FPS pro Sekunde. Maximal waren 55FPS möglich. Assassin's Creed Unity präsentiert sich als zäher Brocken. So beliebt sich die durchschnittliche Bildrate auf 14 Bilder pro Sekunde. Maximal waren 19FPS drin. Hier zeigten sich sehr unregelmäßige Wiederholraten, die auf einen vollen Videosprecher schließen lassen. Zu guter Letzt testen wir den Fire Strike aus dem 3D-Mark. Das System erreichte einen Score von 5760 Punkten im GPU-Bereich. In der ersten Testszene wurden 27FPS, in der zweiten knapp 23FPS erreicht. Im kombinierten Test verrichtete das System seine Arbeit im Schnitt mit 10FPS, was einen Score von 2301 Punkten mündete. Der Physikbenchmark wurde dank der leistungsfähigen CPU mit 23FPS absolviert, was in einem Score von 7330 Punkten mündete. Im EIDL agiert das System mit einer Gesamtlautstärke von 35,8 Dezibel recht leise. Die Temperatur der CPU belaufen sich dabei auf 29 Grad, die Grafikkarte kommt auf 34 Grad. Unter Last erreichte die GPU eine Temperatur von 68 Grad, wenn die CPU mit 49 Grad immer noch äußerst kühl agiert. Die Lautstärke zeigte sich mit knapp 36,8 Dezibel kaum lauter, was daran liegt, dass die Wasserkühlung samt Lüfter für das meiste Betriebsgeräusch sorgt. Insgesamt fällt sich der Rechner aber dennoch recht leise. Das Mifcom-System zeichnet sich durch ein großes Leistungspotenzial aus. Dank potenter Hardware ist es in vielen Szenarien einsetzbar, ohne dabei laut zu werden. Dies ist unter anderem auch der guten Verarbeitung im Inneren geschuldet. Im EIDL wäre aber auch lautstärketechnisch noch ein wenig mehr drin gewesen. Auch der Preis fällt mit 1.367 Euro natürlich hoch aus. Dafür hält man aber auch ein System, bei dem man sich letztendlich um nichts mehr kümmern muss. Schluss für heute, das war's dann vom Mifcom GTX 960 System in Verbindung mit einem Core i5 4690K. Wem das Video jetzt gefallen hat, der kann einen Daumen nach oben geben. Wem das Video nicht gefallen hat, der kann an dieser Stelle wie immer auch einen Daumen nach unten geben. Konstruktive Kritik ist natürlich immer erwünscht und die kann unten in den Kommentaren veräußert werden. Abonnieren könnt ihr uns natürlich auch, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir würden uns super darüber freuen, euch auch bei den nächsten Videos hier bei uns auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Zudem findet ihr noch viele coole Tests und natürlich auch News rund um die Hardware-Welt auf der Hauptseite von PC-Max. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, eine hartwache Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.